Bist denn du gerade? Hinter dir. Ach, da bist du. Ähm, dann probieren wir mal weiter, ob man noch hier mit dem Feuer auch nach da kommt, aber ich glaube, nee, das schafft man nicht. Ähm, hier kommen Gegner, ich höre es schon. Boah, fett so ein Skidempspiel. Hui! Decker! Okay. Wo muss man wirklich überall Gegner befürchten? Wow, wieder genau in mir, ey. Ich stelle mich irgendwie genau in die Ecken, wo die erscheinen. Da oben sind auch noch irgendwie Sachen oder so. Ja, ich höre hier überall noch Gegner. Das ist voll blöd. Ah, die von hier... Ah, guck mal da oben! Da, da! Ich dachte, weil wir haben hier eine Bombe getroffen. Da dachte ich so, hä, wo ist das? Ja, lass mal hier weiter gehen. Äh... Guckst du nach oben, ich gucke unten. Okay. Ja, oben, Achtung, einer kommt. Da oben ist ein Riesenherz. Ja, das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Hätte mich voll getroffen. Hinter dir war gleich keiner gerade. Wir müssen uns irgendwie organisieren, ne bisschen. Ach, was? Einfach drauf. Rambo-Style. Ich hab grad wieder was so, äh... Krabbeln gehört. Kriechen. Hoppeln. Wow, wow, wow. Hier holt bestimmt viel. Viel? Nein. Hallo, Team! Oh, 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 oh! Ich glaub, ich hab einen Geheimgang oder so Arbeit. Ich komm mal vorbei. Sekunde, ich bin noch ein Gegner. Na, ich steh hier schon oben, deswegen wollt ich die immer runter gehen. Hier! Da rauf, hier hoch! Jawoll. Ja, ich bin... Auch da! Ah! Ich steh auf dir drauf immer noch! Geheimgang gefunden, tatsächlich! Na. Hört sich nicht gut an. Station ist voll, oh, Tür geht zu, kein gutes Zeichen, ah, fett von hinten, fetter Bruder. Hier ist der Gelb. Da kommt noch einer. Die Tür geht auch auf. Aber da ist noch einer gekommen, das war ganz gemein. Komm noch welche. Okay. Mal durchgehen. Wie war das schon der Gang? Oh, hier ist noch einer, hier ist noch fetter. Der hat ja genau in die Fresse geschossen. Der kommt von der anderen Seite. Der ist weg. Der auch. Boah, guck mal hier, hier ist der Raketenwerfer. Komm mal zu mir. Alter, da oben ist schon wieder einer. Ich hab den Raketenwerfer gefunden. Wie bist du denn? Ich hab, ja genau hier. Da hoch, siehst du den Raketenwerfer? Ja. Ob man da hinspringen kann. Ja. Aber wir kommen trotzdem nicht hoch. Oder? Ne, da kommen wir noch nicht hoch so. Was ist denn da hinten so am Glitzern? Siehst du das da? Ja, sehe ich. Was könnte das denn da sein? Aha, geheimen Teleporter gefunden. Yeah. So muss das sein. Das gibt so richtig Rambat Samba. Also die physics sind geil, der schwebt immer so ein bisschen, wenn er springt. Ja, der ist so voll der... Ich hab nur acht Patronen, da würde ich immer wieder auf die Schruttwitte gehen. Dann kriegst du auch erst nochmal die Waffe. Genau. Acht Raketen. Nochmal Russi. Da hinten sind richtig schön viele noch. Wo war denn jetzt das gute Herz? Das war irgendwo oben. Es ist viel zu viel hier, ey. Ja, da hast du recht. Da oben auf den Balustraden stehen welche. Ich kümmere mich noch dieses große Skorpion-Dings. Ja, das ist kaputt. Also die Waffe, die das fallen lässt. Das ist extrem unübersichtlich hier. Das ist ein Kopf hier hinter dir. Oben sind zwei. Die schießen auf uns. Hier ist noch ein... Oder noch mal ein gelber, ja. Der ist weg. Komm zu dir. Hier kommt man irgendwo mehr sinnvoll hin. Sicher? Ja. Da sind wir. Die kommen uns gleich entgegen, wenn wir links rum gehen. Ja, die können ich gebrauchen. Hier ist auch noch... Hier ist ein... Pille. Da lohnt es sich manchmal nicht. Wo, 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 wo. Dann verliert man dann noch mehr Energie als man durch die eine Pille bekommen kann. Ja, das stimmt leider. Das ist so ein Lock-Angebot, ne. So ein Gefä... Oder hinten. Ah, das ist normale Energie. Und das sieht nach einem geheimen Teleporter aus. Ich habe jetzt gerade auf dich geschossen, weil der genau gleich aussieht. Also, ja. Wow, Kopf. Alter, ich komme gar nicht weg. Ich hänge irgendwo. Jetzt bist du doch hier. Jetzt geht's. Guck mal da. Über uns. Über uns. Jetzt ist er weg. Ne. Huch. Ne, hier ist kein geheimer Teleporter. Oben ist ein riesen Herz. Da will ich hin. Komm wieder hin. Wo bist du denn? Hier, wo du gerade eben auch standest. Ach, jetzt sehe ich das Herz. Ja. Da kommen wir hin. Wir müssen nur hier lang laufen. Wo? Mir folgen. Ich sehe dich immer so schlecht. Ja. Ich bin gerade gar nicht. Guck mal, wo du über Tab bist. Ich bin hinter dir. Hier. Da. Ich sehe dich. Dieses Skin, der regt mich richtig auf. Ich sehe dich richtig schlecht. So. Hier lang. Hier lang. Dann kommen wir schon fast zum Herz, ne? Hier. Und hier. Wo war denn das? War das nicht da hinten? Ah, warte mal ganz kurz. Willst du mal runter gehen? Ich glaube, das ist eine Tür, die nur aufgeht wird. Ne, hier ist es. Hier ist es. Man sieht's doch nicht. Ah, ich bin runter gefallen. Ah, jetzt sehe ich das. Ja. Man sieht's du von vorne nicht. Ist absichtlich so gemacht. Ja, jetzt bin ich runter gefallen. Boah, ich bin auch runter gefallen. Ich hab's ja zum Glück. Wir sind so talentiert. Ja. Kings, ey. Kier, kommen wir her, oder? Ah. Ist echt die Frage, wo geht's hier weiter? Keine Orientierung mehr. Ich würde sagen, hier oben. Hier ist eine Tür. Ah, okay. Ähm. Lass dich da koopfen. Okay. Lass dich da koopfen. Zu dir. Hier ist noch Leben, aber alles egal, ich habe 200. Ja. Ah, da ist eine Tür. Warte mal, da ist noch ein Gang. Hier gibt's noch Rüstung. Hm, schön. Hier sind noch Gegner. Und es ist dunkel, ja. Hier sind noch Gegner. Und es ist dunkel, ja. Achtung, Bomber irgendwo. Ja, weggebrochen. Ja. Ich hab ihn weggeknatzt. Ja. Gut gemacht. Hier geht's auch nochmal hoch. Ja, gehen wir doch erstmal hier noch lang. Muni. Und Leben braucht man nicht. Ich würd sagen, hier ist auch vorbei, ne? Ja. Anscheinend. Joa. Können wir mal weiter durch die Tür. Guck seitlich. Hinter dir. Jetzt Mörder. Ja. Gut. Ich hab den Selbstmörder benutzt, um einen anderen Gegner mit hochzuspielen. Ja, mach ich auch gerne. Okay, gehen wir mal. Da liegen Schilde, da ist noch ein Gegner. Wo? Da. Oh boah, ich stehe zu weit weg. Ich krieg wieder Sputflinte. Das ist... vernünftig abgeschossen. Hinter uns. Oh, von hinten. Ja, von hinten. Das ist ein Skorpion. Ja, da liegt ne fette rote Rüstung. Ja. Leben bringt mir grad nichts. Ähm, hab ich volle Muni oder was? Nee. Kann ich... Ich hab doch eigentlich grad eingesabelt. Hinter uns gibt ne Rüstung. Aber wie war dahin gekommen? Ja, da hoch. Mit dem Rocket Jump vielleicht. Ähm. Da ist noch ein Gegner. Da hab ich hier runtergeklatscht. Das war schön. Könnte man bestimmt nur mit dem Rocket Jump hinkommen. Funktionieren Rocket Jumps denn? Ja, es gibt ne Erfolg auf jeden Fall mit Rocket. Ich probier's einmal aus. Jetzt will ja wissen wie. So. Naja, aber komm nicht hoch. Nee. Aber es geht ja. Oh, Rocket Jumper. 20 von C. 200. Wir haben mir gar nicht alles angezeigt. Ja. Und du hast schon mehr gemacht als ich wahrscheinlich letztes Mal oder so. Genau. Das muss wahrscheinlich sein. Oh, da ist auch noch irgendeine Rüstung? Blaue Rüstung. Ähm, ja. Und ein paar Gegner. Ganz ein bisschen. Bis 100. Jawoll. Hier ist ein normales Herz. Und schön viel Muni. Aber brauch ich gerade gar nicht. Komm mit der Rüstung noch schnell. Nee. Hier geht's weiter. Aber sollen wir erstmal den anderen Weg noch gucken? Oder war da kein anderer Weg? Keine Ahnung. Hier oben scheint noch was zu sein. Hier ist nur ein Podest. Hier ist noch einmal ein Schild. Und Gegner dann natürlich, die dann auftauchen. Die sind natürlich über da. Ich glaube das war's. Nee. Einen hab ich jedoch erwischt. Gut. Nee, dann ist hier auch nichts mehr. Dann müssen wir da oben weiter. Ohne nochmal mitnehmen. Boah. Hier sieht's riesig. Hier könnte 10.000 Gegner sein. Da kommen jede Menge Selbstmörder. Hier werden 10.000 Gegner sein. Lass mal beisammen bleiben. Du bist. Ja, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Nur ein bisschen. Boah. Zwei von die Dinger, ey. Boah. Aua. Der ist in mir hoch gegangen. Der ist in mir hoch gegangen. Boah. Das Böse. Da liegt, da liegt Doppelfrot in der Mitte. Ja, da geh ich jetzt aber nicht einfach random hin so. Boom. Oh. Da muss ich uns mal vorwagen. Die Musik ist doch wieder. Die Musik hat sich ein bisschen beruhigt, ja. Selbstmörder. Da liegt's nur mit einem. Oder so ein Skelett. Boah. Oh, das sind auch ganz viele. Wow. Wow. Okay, du bist für einen Raketenwerfen Zugang, ne? Ja, das war ein Versuch. Also ganz viele auf einmal auf dem Stand. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist es? Ah, das ist so zerfetzt. Das ist der Letzte. Wow. Er ist über dritten. Da hab ich dir geholfen, hab meins nicht gesehen. Hier ist ne Energie Portion. Das sind noch welche. Achtung, das sind noch welche. Danke. Na, nochmal bisschen auffüllen hier an so'n Vorrat. Da liegen unterwegs noch die Bühnenfahrten hier oben. In jedem Gang hier hab ich so die welche. Wir hören's hier von allen Seiten. Ja, ich hör's nur von rechts und links. Hier liegt ne Rüstung bei mir. Ja, ich bin da. Boah, die sind nervig. Wow. Die nimmt mich wieder hin. Ey, ich hab's gut hier. Ja, ich hab's gut hier. Was hier abwarte ich denn? Kann das sein, dass hier unendlich viele kommen? Keine Ahnung. Oh, hier sind Frösche. Nein. Die Barki blinkt. Die sind eklig. Boah, meine Munition kippt immer wieder. Wow. Sind hier selbst Mörder richtig Frösche? Ich hab so'n Gefühl, die explodieren, wenn man sie trifft, ja. Wow. Ja, die sind selbst Mörder Frösche. Komm an, das ist dann so'ne Sternenexplosion. Ey. Boah. Back mit dem Frosch. Back mit dem Frosch. Ich glaub, ich steig hier auf die Dual. Dual Flinten um. Die Frösche. Na, Flinten haben wir ja, glaub ich, so'ne unendliche Munition für, ne? Ja, Dual. Nicht Flinte, sondern... Oh, da kommt ein Großes. Wo? Ich hol meine Rakete raus. Und was wird analysiert hier wieder? Joah. Da ist noch ein Gegner. Der hat noch ne Bombe geworfen. Da kommen verschiedene Gegnerwellen anscheinend. Ah, hier ist noch mal Schrot. Wo? Ach da, hab ich schon gesehen. Sehr nötig, ja. Da ist nun ein Selbstmörder. Wo geht's weiter? Hier ist ein Herz. Ach, ein Herz. Groß. Du hast, ne, nur ein großes. Egal, ich hol's mir jetzt. Der scheint so weiter zu gehen. Auf der anderen Seite noch. Nee. Ist nichts mehr. Dahinten liegt nur normale Energie. Munition wär mal cool, aber ist nicht. Mal schalt hier die Dings um. Hier zu Ende ist der Level? Könnt gut sein, aber es kann auch noch weiter gehen. Ja, sieht aber nach Ende aus. Ein bisschen aber... Ja, cool aus. Stopp-Booster hier. Egal, ich geh mal in die Mitte. Ja. Ja. Das... Level war's dann. Grab Ramses Dritte. Fortsetzen. Mit.